Einfach nur dieses Feeling, wenn diese Leute auf der Bühne stehen, die Rede, die sie halten und die Ausstrahlung, die sie mitbringen, wenn man das aufsaugen kann, dann ist das schon viel wert und man kann echt viel mitnehmen. Es werden genau über die Themen gesprochen, die da draußen nicht angesprochen werden und deswegen kriegt man hier in vier Stunden vollen Input. Der Moneypreneur Kongress ist genau das Event, um einfach sich mit dem Thema finanzielle Freiheit und auch persönliche Freiheit auseinanderzusetzen. Der Moneypreneur Kongress hat meine Denkweise bezüglich Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen komplett verändert. Da finde ich solche Events ganz, ganz wichtig, sich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wo will ich denn hin? Wer will ich denn sein? Bei dem nächsten Moneypreneur Summle solltest du auf jeden Fall dabei sein, wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung und vor allem den Bereich Finanzen interessierst. Wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung und vor allem den Bereich Finanzen interessierst,